Hallo und herzlich willkommen zu die Sterne für die Woche vom 25.03. bis 31.03.2024. Mein Name ist Robby Altwein, schön, dass du da bist. In der neuen Woche wandert die Sonne durch das Zeichenwitter. Am Montag haben wir dann auch einen Vollmond. Im Zeichenwitter. Also die neue Woche startet hochenergetisch mit einer ganz starken Energie. Witter ist die Energie der Neugeburt. Es gibt jetzt jede Menge Chancen für den Neubeginn. Witter ist die Energie, die im Frühling wirkt, wenn die Pflanzen anfangen zu treiben, wenn die Natur aufblüht, wenn das Leben quasi wieder zurückkehrt und alles lebendig wird. Witter ist Feuer, kardinales Feuer. Jetzt wirken die Energien des Neubeginns. Darum, wenn Entscheidungen anstehen, sei mutig, treffe Entscheidungen. Sei mutig, ergreife die Initiative. Gib dem Leben jetzt eine neue Richtung. Es ist so wichtig, dass wir uns Ziele setzen, dass wir uns immer wieder öffnen für den Neuanfang. Wir sind göttliche Lichtwesen. Und das dürfen wir uns immer wieder ins Bewusstsein bringen. Das dürfen wir uns immer wieder daran erinnern. Ich bin ein göttliches Lichtwesen. Schreib das mal in die Kommentare hinein. Das ist wichtig. Ich bin ein göttliches Lichtwesen. Je öfter du das sagst, je öfter du das niederschreibst, desto mehr aktivierst du dieses göttliche Bewusstsein. Das ist so wichtig, dass wir im Grunde genommen neu sprechen lernen. Dass wir unsere Sprache nutzen, um unser bestes Leben zu erschaffen. Das ist auch diese Witterkraft. Dass wir neu beginnen, unser schöpferisches Leben zu führen. Unser schöpferisches Bewusstsein bewusst zu leben. Die meisten Menschen leben unbewusst. Sie sind ausgerichtet auf Krisen, auf Probleme. Warum ist alles so schwierig? Und sie schwingen in einer Energie, wo sie einfach Probleme und Schwierigkeiten anziehen. Denn wir ziehen das an, was mit uns gleich schwingt. Und wenn wir uns daran erinnern, dass das Gesetz der Anziehung im Grunde genommen das Grundgesetz des Lebens ist. Ja, alles ist Energie. Du ziehst das an, was mit dir gleich schwingt. Richtest du deine Energien immer wieder positiv aus. Und hier spielen die Gedanken und Worte eine ganz große Rolle. Denn deine Worte, die du sprichst, haben einen Einfluss auf deine Energie. Und je bewusster wir mit unserer Energie umgehen, desto mehr ziehen wir das an, was wir uns wünschen. Denn wir richten unsere Energien auf unsere Ziele, auf unsere Wünsche, auf unsere Träume aus. Und diese Witterenergie, die ist so stark. Das ist so eine powerfulle Energie. Ich empfehle dir jetzt, in diesen Tagen neu durchzustarten. Schreib in die Kommentare hinein, ich bin bereit für einen Neustart. Ich beginne jetzt neu. Ja, so wichtig, dass du diese Energien nutzt. Im Grunde haben wir jetzt im Frühjahr mega Chancen. Ich werde heute und in den nächsten Wochen immer wieder darüber sprechen. Denn das ist eine Konstellation, die relativ selten vorkommt. Das letzte Mal hatten wir diese 2010, 2011. Damals stand Jupiter und Uranus im Zeichen Fische. Das war so ein spiritueller Neustart. Jetzt steht Jupiter und Uranus wieder zusammen. Aller 14 Jahre gibt es eine solche Konstellation im Zeichen Stier. Jupiter steht für den Erfolg. Uranus steht für die Selbstständigkeit, für das selbstbestimmte Leben. Und wenn wir beide zusammenführen, Erfolg mit der Selbstständigkeit. Erfolg durch ein selbstbestimmtes Leben. Das Ganze steht auch noch im Zeichen des Stiers, also im Zeichen des Geldes. Wundervolle Chancen, was das Thema Berufung angeht. Die Traumkonstellation per se. Also die beste Konstellation seit vielen Jahrzehnten, seit vielen Jahrhunderten. Denn Jupiter, Uranus im Zeichen Stier kommt äußerst selten vor. Das letzte Mal war diese Konstellation, wie gesagt, im Zeichen Fische vor 14 Jahren. Und das ist schade, dass so wenig Menschen diese Energien ergreifen, nutzen für sich und ihr Leben. Aber viele Menschen, ich habe geschaut im Internet, werden es immer mehr Menschen, die jetzt sich selbstständig machen. Die auch schnell in diese Fülle-Energie hineinkommen. Weil diese Konstellation, die wirkt ja schon seit einigen Monaten. Wir erleben jetzt im Frühjahr den Höhepunkt. Da wird diese Konstellation exakt und ein neuer Zyklus beginnt. Ja, die zweite Welle der Lichtarbeiter startet jetzt. Die erste Welle der Lichtarbeiter begann ja mit Jupiter, Uranus im Zeichen Fische. 2010, 2011. Die Conny war eine der ersten, die Conny Koppers, die Facebook mit ihrer spirituellen Mission durchgestattet sind. Ich bin dann auch im Herbst 2011 dazugekommen. Und dann haben wir noch ein paar andere, die dann eben relativ schnell Erfolge erzielt haben. Und jetzt haben wir so eine zweite energetische Welle. Ja, und diese wirkt im Grunde schon leicht seit letzten Jahres. Aber jetzt im Frühjahr haben wir den Höhepunkt, denn die Konjunktion wird jetzt exakt. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Menschen jetzt die Chancen nutzen und sich selbstständig machen und ihre Berufung leben. Aber eins kann ich dir sagen, leider, leider sind es immer noch zu wenig. Nur einer von zehn traut sich, was die Lichtarbeiter jetzt angeht. Die meisten trauen sich nicht. Die meisten Lichtarbeiter bleiben leider in ihren alten Jobs und sie sagen, ich brauche irgendwie Sicherheit. Aber diese vermeintliche Sicherheit, die wird jetzt immer mehr entzogen werden, denn die Arbeitswelt verändert sich. Ja, ich bin ein Botschafter aus dem Kosmos. Ich bin hier zur Erde gekommen, um diesen Aufstiegsprozess zu begleiten. Und eins kann ich dir sagen, diese alte Welt, so wie wir sie kennen, die wird jetzt immer mehr und immer mehr vergehen. Eine neue Welt wird geboren und auch eine neue Arbeitswelt. Neue Berufe entstehen und viele Menschen, die jetzt sich selbstständig machen, die jetzt diese 5D-Technologien nutzen, ja, soziale Medien, Internet, künstliche Intelligenz, die werden ganz besonders davon profitieren. Weißt du, es ist ja so genial, Jupiter und Uranus steht für den Erfolg mit der Selbstständigkeit, steht für den Erfolg der Lichtarbeiter. Das Ganze im Zeichen Stier, das ist so ein Segen. Ich wünsche dir, dass du diese Chance erkennst, dass du diese Chance ergreifst. Ob du es jetzt nebenberuflich einfach mal so nebenbei anfängst oder ob du sagst, Mensch Robby, ich bin doch schon länger dabei, ich will jetzt all in gehen, ja, oder dass du vielleicht schon einige Jahre als Lichtarbeiter tätig bist. Jetzt ist die Zeit reif, eine neue Stufe zu betreten. Große Chancen für alle die, die sich jetzt ausrichten auf Erfolg, die jetzt auch eher Lichtarbeiter sein. Immer mehr als solches erkennen, wie wichtig und wertvoll es ist, denn der Aufstieg wird vor allen Dingen auch durch die Lichtarbeiter mitgestaltet. Sie sind das Bodenpersonal der Engel, der geistigen Wesen, der außerirdischen, der galaktischen Raumföderation, der galaktischen Föderation besser gesagt, die mit ihren Raumschiffen um die Erde stationiert sind und diesen Aufstiegsprozess begleiten. Und da wird in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr viel passieren. Ja, und es ist wichtig, dass du dir Zeit nimmst für Gebet und Meditation und dich auch immer wieder verbindest, ja, auch wenn ich heute, weil wir die Witterenergie haben und da geht es einfach um Aktivität. Da geht es einfach darum, Entscheidungen zu treffen, vorwärts zu gehen, mutig zu sein, ja, Witter, das ist die Energie der Geburt, die kann man nicht zurückhalten. Das ist wie der Grashalm, der durch die Erde schießt, ja, da wirken ja ganz, ganz starke Kräfte, ganz starke Energien, extreme Energien, wie ein Kernkraftwerk. So viel Energien wirken in einem Samenkorn, wenn der so durch diese Hülle schießt und dieser Keimling dann sichtbar wird und dieses kleine Pflänzlein dann immer größer und stärker wird. Und das ist die Energie des Witters, die Energie der Neugeburt. Und vor allen Dingen im Hinblick mit dieser Energie von Jupiter und Uranus, wo einfach ein großer Segen mit verbunden ist, Erfolg, Glück, Wohlstand, Fülle, Gelingen, ja, das ist dran gekoppelt, kann ich dich nur ermuntern, ermutigen, ja, besser gesagt, kann ich dich nur ermutigen, diese Schritte zu gehen, beziehungsweise wenn du schon als Lichtarbeiter tätig bist, einfach noch mutiger zu sein, Neuanfang zu starten, ja, auch in dich investieren, bereit sein zu lernen. Ich bin ja seit zwölf Jahren dabei und ich lerne ständig, ich mache ständig selber auch Coachings, investiere in mich, um mich immer besser auszubilden. Damit meine ich jetzt nicht spirituelle Ausbildungen, sondern vor allen Dingen mehr Menschen erreichen, die Mission einfach größer machen. Denn es ist so wichtig, dass die Lichtarbeiter immer mehr aktiv werden, darüber sprechen, dass dieser Wandel stattfindet. Denn die ganze Menschheit, acht Milliarden Menschen gehen jetzt durch diesen Prozess und die Lichtarbeiter sind jene, die andere eben betreuen, die andere Menschen eben unterstützen bei diesem Prozess. Es wäre so wichtig, dass immer mehr Lichtarbeiter jetzt darüber sprechen, über diesen Wandel. Es sind einfach zu wenige, es sind viel zu wenige, die geistige Welt teilte mir mit über die Conny, dass nur einer von zehn aktiv wird. Also nur zehn Prozent der Lichtarbeiter sind aktiv, die es sich eigentlich vorgenommen haben. Es haben sich sehr viele Menschen bereit erklärt, diesen Prozess zu unterstützen. Sie sind inkarniert und auch viele hören hier zu bei diesem Video, die hören mir viel zu. Aber viele sagen eben von denen, nee, ich kann jetzt nicht, nee, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich weiß nicht, wie ich starten soll. Eigentlich würde ich ja gern, denn in mir ist so eine Sehnsucht, ich möchte ja eigentlich was Gutes tun, was Lichtvolles tun. Aber irgendwie traue ich mich nicht oder ich weiß nicht, wie es geht oder was sagt denn meine Familie, was sagt mein Partner. Sie nennen halt Gründe, warum sie nicht vorwärts gehen. Und das ist so schade, das ist so schade, denn dadurch stockt dieser Prozess. Der Aufstieg, der lässt sich nicht aufhalten, aber die Menschheit kann eben mitgestalten, ob das leichter und einfacher über die Bühne geht oder über Krisen. Über Krisen, Schwierigkeiten und so weiter. Und wir Lichtarbeiter sind hier zur Erde gegangen mit der Absicht, die Menschheit dabei zu unterstützen, die Menschheit zu begleiten, damit dieser Übergang so einfach und so sanft wie möglich wird. Und deswegen ist es wichtig, dass man immer wieder darüber berichtet, immer wieder darüber spricht, dass du dich mit deinem Herzen verbindest, dass du Meditation nutzt. Und dann aus dieser Verbindung heraus sprichst, aus dieser Verbindung heraus handelst, aus dieser Verbindung heraus deinen Weg gehst. Und dass du dich öffnest, nicht nur im privaten Bereich zu wirken. Das ist natürlich auch wichtig, im privaten Bereich zu wirken. Aber die Lichtarbeiter, die sind nicht zur Erde gegangen, um im privaten Bereich zu wirken, sondern öffentlich. Die Lichtarbeiter wollen öffentlich wirken, die wollen einfach die Menschheit unterstützen bei diesem Prozess. Denn der wird für sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr schwierig werden. Denn die meisten Menschen wissen nicht, was da jetzt losgeht, was da jetzt passieren wird, wenn diese Krisenphänomene sich immer mehr zuspitzen. Dann sagen die, was ist denn los? Warum läuft es denn auf einmal nicht mehr so? Früher war doch alles viel leichter und besser. Warum ist das jetzt alles schwierig? Warum ist das alles so hoffnungslos, aussichtslos? Wird ja immer alles schwieriger. Aber wenn man weiß, dass der Aufstieg geschieht, dann weiß man eben, dass eben Transformation im Gange ist. Das heißt nicht, es wird schwieriger oder schlechter. Es heißt, es wird besser. Man braucht eine positive Vision. Wenn man die hat, wird man viel leichter durch diesen Wandel hindurchgehen. Und vor allen Dingen wird man mehr Chancen nutzen, mehr Möglichkeiten nutzen. Man wird bessere Entscheidungen treffen. Man fühlt sich einfach besser. Weil wir sind geistige Wesen und unsere Gedanken, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht, unser Vertrauen ins Leben haben ganz entscheidenden Einfluss auf unsere Lebensqualität. Unsere Gefühle sind im Grunde, Spiegel unsere Gedanken. Hast du gute Gedanken, fühlst du dich gut. Bist du dagegen im Zweifel, hast du Ängste und so weiter, fühlst du dich schlecht. Aber in deinen Gedanken bist du frei. Du kannst frei entscheiden, woran du glauben möchtest. Wenn du an deinen Erfolg glaubst und entsprechend handelst und dich immer wieder positiv ausrichtest, wirst du dich ganz anders fühlen, einfach weil du aus deinem Licht selbst herauslebst. Weil wenn du hier zuhörst und meine Worte dich inspirieren, dann lass dir eins sagen. Du bist eine Lichtarbeiterin. Du bist ein Lichtarbeiter, der zur Erde gegangen ist, um die Menschheit bei diesem Aufstiegsprozess zu unterstützen. Meine Aufgabe ist es, die Lichtarbeiter daran zu erinnern, ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie ihre Berufung leben können. Und unabhängig, wo du lebst, unabhängig, wie alt du bist, unabhängig, in welchem Lebensabschnitt du stehst, wisse, dass du dich jederzeit entscheiden kannst. Es gibt keinen zu früh oder zu spät. Diese Information ist für dich. Und wenn du das annehmen kannst und das zulassen kannst, ich denke, dass da sehr viel passieren wird jetzt in den nächsten Tagen. Denn wir haben die Witterenergie und wir haben den Vollmond. Und dieser Vollmond, der ist ja so stark. Ja, der ist ja so stark. Weil da ist der Pluto mit dabei. Ich gehe gleich mal drauf ein, auf diese Energien der Transformation. Ich möchte noch kurz etwas erwähnen. Ich habe ein neues E-Book. Das gibt es nur als E-Book. Ist kostenfrei für dich. Unterhalb des Videos findest du den Link. 33 Affirmationen für den Erfolg mit deinem Online-Business. 33 Affirmationen für den Erfolg mit deiner Berufung. Wenn du dieses E-Book haben möchtest, das ist kostenfrei. Unterhalb des Videos findest du den Link auf robbyaltwein.de. Dort findest du dieses E-Book. 33 Affirmationen für den Erfolg mit deinem Online-Business. Wenn du jetzt durchstarten möchtest, ist dieses E-Book ideal. Wenn du vielleicht schon erfolgreich bist oder schon als Lichtarbeiter tätig bist, hol dir diese Affirmationen, weil diese Affirmationen, wenn du mit diesen arbeitest, die aktivieren deine Energie. Deswegen, wenn du dieses E-Book haben möchtest, gern dir jetzt auf den Link klicken einfach und dir dieses E-Book kostenfrei sichern. Ansonsten schreib in die Kommentare hinein, ich bin bereit für den Neuanfang. Ich öffne mich jetzt für meine Berufung. Ich öffne mich jetzt für meine höchste Vision. Mein Weg offenbart sich mir jetzt ganz klar. Ich habe Klarheit über meinen Lebensweg. Ja, viele sagen immer, was kann ich tun, mein Weg ist so unklar. Ich sage dir, ändere einfach deine Worte. Wir sind geistige Lichtwesen. Wir erschaffen unser Leben über unsere Worte. Über das, was wir sprechen. Die meisten Menschen wissen davon nicht und sie sprechen immer über das, was sie nicht haben. Ich fühle mich unklar, ich bin unklar, ich weiß nicht, wie ich XY erreiche. Und durch das sie solche Dinge sagen, erleben sie auch solches. Wenn du deine Worte änderst und sagst, ich habe Klarheit bezüglich meiner Berufung. Mein Weg offenbart sich mir ganz klar. Ich habe Klarheit für meine Berufung. Mein Lebensweg ist mir ganz klar. Wenn du solche Worte immer wieder sagst, immer wieder sagst, wird sich etwas in deinem Bewusstsein verändern und auf einmal siehst du deinen Weg ganz klar vor dir. Wir sind geistige Lichtwesen. Wir erschaffen unser Leben über unseren Geist, über unsere Gedanken. Wenn du diese Energie fühlst, spürst, schreib mal hinein. Yes, Robby. Ich fühle es. Das ist wichtig, dass du zustimmst. Es ist wichtig, dass du Ja sagst. Die meisten Menschen sagen immer Nein. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Besser wäre es, wenn wir Ja sagen zu Dingen, die wir wollen. Sage Ja zu deinem besten Leben. Sage Ja zu deiner Lichtarbeit. Sage Ja zu deinem Herzensweg. Sage Ja zu deiner Berufung. Sage Ja zu deinem Lebensweg. Sag immer wieder Ja. Sage, ich habe Klarheit. Ich erkenne immer klarer meine Berufung. Weil wenn du so redest, immer wieder, immer wieder, du wirst staunen, wie sich auf einmal dein Bewusstsein klärt. Einfach, weil du lernst, konstruktiv zu reden, schöpferisch zu reden. Wir erschaffen unser Leben über unsere Worte. Wenn es Klick macht, klick mal auf Gefällt mir. Ja, klick mal auf Daumen hoch. Das ist wichtig, dass du das immer wieder hörst. Weil du mit der Zeit, durch das öftere Anhören solcher Wahrheiten, ja. Das geht immer tiefer in dein Unterbewusstsein rein und dann auf einmal findet da eine Energiefreisetzung in dir, findet statt und auf einmal befreit dich diese Wahrheit. Du hast es vielleicht schon öfters gehört, aber irgendwann, weil du es immer wieder hörst und sagst, auf einmal passiert was in deinem Energiefeld. Weil die Worte, die du sprichst, das ist wie so ein Tropfen, der fällt zu Boden. Steter Tropfen höhlt den Stein. Und einmal gesprochen, nochmal und irgendwann geht es so tief, dass es einmal wie so eine Neugeburt stattfindet. Und die Chancen für eine Neugeburt, die haben wir jetzt in dieser Woche enorm. Nicht nur, dass Sonne im Witter, ja, dass die Sonne im Witter steht, das ist die Energie des Neubeginns, par se. Wir haben Vollmond. Das bedeutet, dass Sonne und Mond, die beiden Hauptlichter, sich gegenüberstehen und der Mond, die Mondscheibe völlig ausgeleuchtet ist. Das ist wie so ein Höhepunkt. Wie so ein Höhepunkt eines Zyklus, der mit dem Neumond begann. Ja, und der Pluto ist mit dabei. Der steht im Sextil zur Sonne, im Trigon zum Mond. Der ist vor kurzem ins Wassermann-Zeichen gewechselt. Wassermann ist das zweite Zeichen neben dem Witter, das für Neubeginn, Neuanfang steht. Auch der Wassermann, ja. Witter ist das erste Zeichen, die Eins. Eins steht für den Beginn, ja. Wassermann ist die Elf, das elfte Zeichen. Eins, eins. Zweimal der Beginn. Also Witter und Wassermann, beide Energien stehen für den Neubeginn. Und hier haben wir den Pluto im Zeichen des Neuanfangs. Pluto braucht 20, 25 Jahre, um durch das Zeichen Wassermann zu laufen. Ich glaube 20, 21 Jahre, so circa. Der hat eine elliptische Bahn, deswegen wechselt der. Der braucht insgesamt 240 Jahre. Im Zeichen Zwillinge braucht er ganz lange, da ist er 30. Und im Zeichen Skorpion, in der Zeichenwaage, da ist er relativ schnell durch. Also er hat so eine elliptische Bahn, ja, die schwankt. Im Gegensatz zu den anderen Zeichen. Neptun, der braucht immer 14 Jahre durch ein Zeichen. Jupiter braucht ein Jahr durch ein Zeichen. Ja, die Sonne braucht einen Monat durch ein Zeichen zu wandern. Ja, und Pluto braucht 20 Jahre. Und der ist jetzt in den Wassermann hineingegangen. Das letzte Mal, als Pluto im Zeichen Wassermann stand, gab es die großen Revolutionen. Politische Revolution, wirtschaftliche Revolution. Die Industrialisierung hat er eingesetzt. Jetzt wiederholt sich das Ganze. Es beginnt jetzt, ja, diese künstliche Intelligenz. Ist ähnlich der industriellen Revolution vor 240 Jahren, um das Jahr 1770, 80 herum. Es ist diese industrielle Revolution, ja, gestartet. Und jetzt ist Pluto wieder im Wassermann. Und jetzt beginnt eine neue industrielle Revolution. Die wird alles in kurzer Zeit, innerhalb wenigen Jahren, wird die alles verwandeln. Was damals vielleicht einige Jahre, Jahrzehnte, oder besser gesagt, was einige Jahrzehnte gedauert hat, wird dieses Mal in wenigen Jahren sich vollziehen. Also dieser technologische Wandel, der jetzt sich vollzieht, der die Arbeitswelt komplett verändern wird. Also ich empfehle jedem, dass er sich öffnet. Öffnet für die Berufung. Weil die Berufung ist immer ein Weg, wie wir Fülle manifestieren können, wie wir Geld kreieren können. Wenn wir uns darum bemühen, werden wir das immer besser lernen, ja. Aber generell, die Erde befindet sich im Aufstieg. Alle Bereiche des Lebens sind davon betroffen. Das Schulsystem wird sich radikal verändern. Das Arbeitssystem, die Arbeitswelt wird sich verändern. Das Rentensystem, das Gesundheitssystem, ja. Das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem, auch das politische System, so wie wir es kennen. So wie wir es kennen. Das ist ja übrigens auch geboren worden, effektiv, so in dieser Zeit damals, ja. Pluto im Wassermann war ja auch die politische Revolution, die französische Revolution, war ja auch mit Pluto im Wassermann. Also da wird was passieren. Das wird sich in den nächsten zehn Jahren, da wird unglaublich viel passieren in den nächsten zehn, zwanzig Jahren. Aber nicht erst, ja, sondern jetzt, jetzt, 17, äh, 17, sag ich schon, ähm, 2024, 25, 26, 27, das sind ganz heiße Jahre. Weil wir haben hier, hab ich ja schon in einem anderen Video erklärt, äh, die Sterne von 2020 bis 2030 bin ich auf diese Konstellation eingegangen. Uranus, Neptun und Pluto bilden eine einzigartige Konstellation, die sich nur alle zehntausend Jahre wiederholt. Es ist genau jetzt, in dieser Zeit, 2024, 2025, 26, dass die so eine gespiegelte Konjunktion genau auf den Nullpunkt fällt der Astrologie. Das setzt so eine Kraft frei, da wird sehr schnell sehr viel in Bewegung kommen. Und je offener wir mit dieser Energie umgehen, je mehr wir uns ausrichten auf Chancen, auf Möglichkeiten, auf die Neugeburt, dass wir mutig sind, uns öffnen für das Neue, bereit sind, das Alte loszulassen, desto leichter wird diese Geburt. Man kann sagen, es ist wie, als würde der, die Raupe jetzt zum Schmetterling werden. Die Raupe, die auf der Erde kriecht, ja, stirbt und der Schmetterling hebt sich in die Lüfte in eine neue Dimension. So ist es eben von 3D zu 5D. Deswegen die ganzen Berufe, die wir kennen, die meisten, die werden alle in der Transformation unterliegen. KI wird so viele Veränderungen bringen, das können die meisten Menschen sich gar nicht vorstellen. Die meisten Menschen können sich das gar nicht vorstellen, was in den nächsten 10 Jahren passieren wird. Das wird sehr, sehr schnell und rasch gehen. Und je offener wir sind, je positiver wir dem eingestellt sind, desto mehr können wir von diesen Dingen profitieren einfach, auch im Persönlichen. Weil wir haben gerade jetzt Jupiter, Uranus, Trigon, zur Lilith. Das ist auch die weibliche Energie von der Lilith. Ja, die starken Frauen, die jetzt mutig vorangehen und sagen, ja, ich bin bereit, unabhängig zu sein. Ich bin bereit, mich zu lösen aus dem Alten, aus Abhängigkeiten. Ich lebe selbstbestimmt mein Leben. Ich habe das beste Leben verdient. Ich muss mich nicht immer hinten anstellen, sondern ich lebe das, was ich gern möchte. Ich setze mich jetzt mal an die erste Stelle. Ja, das ist mit Jupiter, Uranus zusammen, ist da so ein großer Segen. Aber ich will noch mal kurz auf diese Pluto-Energie eingehen, weil wir haben Sonne, Pluto, Mond, Pluto. Das ist die Kraft der Transformation. Der Vollmond bringt da einiges ans Licht. Kann durchaus sein, dass die Tage um den Vollmond schon sehr stark energetisch sind. Nimm dir öfters Zeit für Gebet und Meditation, weil die Emotionen werden sehr angetriggert werden. Ja, das ist einfach eine ganz starke Energie. Deswegen nimm dir ruhig auch Zeit, zu entspannen, in die Stille zu gehen, für Meditation, für Gebet. Aber gleichzeitig auch, öffne dein Herz, folge den Impulsen deines Herzens. Gerade in den nächsten Tagen und Wochen wird es sehr wichtig, dass du mutig bist, Entscheidungen triffst, Ziele dir setzt, erkennst, wer du bist, indem du einfach sagst, ich erkenne immer mehr meinen Lebensweg. Ich öffne mich für meine Berufung. Ich öffne mich für den Weg meines Herzens. Der Weg meines Herzens offenbart sich mir jetzt immer klarer. Ich bin mutig. Ich gehe voran. Ich öffne mich für meine Mission. Ich lebe meine Berufung mit voller Freude, mit voller Kraft. Heute spreche ich vor allen Dingen auch mal die Lichtarbeiter an und Lichtarbeiterinnen, aber im Grunde alle, die hier zuhören. Jeder, der hier zuhört, ist ein Lichtarbeiter, eine Lichtarbeiterin. Unabhängig, ob er das jetzt schon erkennt oder nicht. Aber die Engel haben dich zu diesem Video hierher geführt. Und wenn du mich schon öfters gehört hast, ist es wichtig für dich, dass du dich öffnest. Dass du dich öffnest für deine wahre Herzensberufung. Dass du Ja sagst. Der liebe Gott ruft dich. Der liebe Gott ruft dich. Bist du bereit für einen Neubeginn. Einen Neubeginn, der sich jetzt manifestieren will. Der dich in eine komplett neue Energie reinbringt. Wo du eine tiefgreifende Veränderung, eine Befreiung erleben wirst. Wo du immer mehr die göttliche Fülle erleben wirst. Wo du auch immer mehr deinen inneren Reichtum erleben wirst. Und mit der Welt teilst. Bist du bereit dafür? Dann schreib mal in die Kommentare. Yes, ich bin bereit. Übrigens, ich liebe es, mit Erzengel Michael zu arbeiten. Erzengel Michael ist der Engel der Lichtarbeiter. Und wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, ja, Erzengel Michael, finde ich spannend. Ja, wenn du auf diese Worte resonierst, also wenn du in Resonanz gehst damit, habe ich was für dich. Eine kostenfreie Meditation mit Erzengel Michael. Höre dir diese Meditation mal ein paar Tage hintereinander an. Und du wirst spüren, wie diese Energien oder deine Energien jetzt neu ausgerichtet werden. Wenn du diese Meditation dir schon heruntergeladen hast, ja, dann arbeite jetzt mal vor allen Dingen um den Vollmond. Und in den nächsten Tagen, wenn die Sonne durch das Zeichen Witter läuft, weil Witter hat sehr viel mit der Energie von Erzengel Michael zu tun. Ja, wir gehen mutig unseren Weg. Wir stehen zu uns und gehen unser Weg. Ja, hör dir diese Meditation von Erzengel Michael an und lass die wirken und geh deinen Weg. Folg den Impulsen. Diese Meditation ist kostenfrei. Auf robbyaltwein.com findest du diese Meditation. Unterhalb des Videos findest du diese Meditation. Klick auf den Link und kannst du diese Meditation direkt herunterladen. Ja, fürs Erste sind wir ans Ende angekommen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Ich danke dir für deinen Vertrauen, für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir eine fantastische Zeit. Eine wundervolle Vollmondzeit, eine wundervolle Witterzeit jetzt. Die Witterenergie ist fantastisch. Und wir sehen und hören uns bald wieder. Mach's gut, alles Liebe. Und eins noch wie immer, folge deinem Herzen. Mach's gut. Ciao. 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 Ciao.